Unsere Wohnbauprojekte und damit auch das Opus Vital kennzeichnet sich durch hochwertige Bautechnologie. Wir bauen die modernste Haustechnik ein und haben eine besonders dauerhafte Baukonstruktion mit zwei Schalenbauweise in Beton. Vorfabriziertes Bauen bedeutet von uns, dass man sich frühzeitig die unterschiedlichen Anforderungen, die am Bau gestellt werden, überlegt und damit schlussendlich auch ein sehr ausgreiftes und qualitativ hochwertiges Produkt erreichen. Das Bauen in Vorfabrikation hat drei entscheidende Vorteile. Nummer drei, zwei Schalenmohrwerke. Unsere Wohnbauten kennzeichnen sich aus durch eine sehr gute Schalldämmung. Bei unseren Bauten ist Ruhe. Das erreichen wir, indem wir die schwere Betonbauweise anwenden, indem wir sorgfältige Detaillösung haben. Und gerade vor der Fabrikation erlebt eine Koppelung von Wände und Decken, sodass die Schallübertragung minimiert wird zwischen den Wohnbauten. Unsere Wohnbauten sind in zwei Schalenmohrwerke ausgeführt. Wir haben aussen eine Sichtbetonfassade, dann dazwischen die Isolation und innen durch die Tragwand aus Beton. Der Vorteil ist eine sehr kompakte Fassade, die mit dünnen Wandstärken mit Energiewerten erfüllt werden könnte. Die Sichtbetonfassade bietet zusätzliche gestalterische Möglichkeiten. Der hochwertige Beton zeigt die hochwertige Archivektur und die Werthaltigkeit von unseren Bauten. Die Betonschale ist auch sehr dauerhaft und braucht keinen Wartungsaufwand. Nummer 2 – 3D-Planungstools Wir haben modernste 3D-Planungstools und sind in der Lage, die ganze Haustechnik, Elektroleitungen, Lüftungsleitungen, Lampendübel, Aussparungen für sanitäre Heizungen, die in den Wänden und in den Decken eingelassen werden müssen, in die Elemente einbetonieren und entsprechende Aussparungen vorzusehen. Unsere Planungen sind praxisgerecht, sodass wir alle Einbauteile direkt in die Produktion in unsere Elemente integrieren können. Und Nummer 1 – Building Information Modeling Wir haben die Kompetenz vom Planen und Bauen in einer Unternehmung, in einer Hand. Vorfabrikation bedeutet einen frühen Einbezug von der Elementbauweise in die Planung. Zukünftig werden die Planungskonzepte viel stärker die verschiedenen Informationen und Anforderungen in ein Modell integrieren. Das bringt nur Vorteile für den Bau Ihrem Gebäude, weil wir so unsere Expertise und Kompetenz von der Planung bis zur Ausführung einbringen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 성이ise! Produk judicial Ihre